Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. In diesem Video gucken wir uns die drei besten Sitzsäcke an. Alle Säcke sind unten in der Videobeschreibung verlinkt. Finde in diesem Video heraus, welcher Sitzsack der beste ist und worauf es ankommt. Und nun viel Spaß mit dem Video. Wir starten mit dem LumaLand Luxury XXL. Dieser XXL Sitzsack ist rechteckig geformt und verfügt über die Abmessungen 140 x 180 cm. Die Füllmenge beträgt 380 Liter, sodass du den Sitzsack gebrauchsfertig erhältst. Nach Aussage von LumaLand sollten Rückenschmerzen der Vergangenheit angehören, weil der gefüllte Sessel den Rücken entlastet und für Entspannung sorgt. Die hochwertige Verarbeitung mit starken Nähten soll den Sack nahezu unverwüstlich machen. Das Innenfutter besteht aus EPS-Kügelchen, die deine Körpertemperatur reflektieren. Die Styroporkugeln sind eigens in Deutschland hergestellt und bieten eine gute Stabilität. Der Bezug des XXL Sitzsackes besteht zu 50% aus PVC und zu 50% aus Polyester. Es handelt sich um ein geruchsneutrales und wasserabweisendes Material, sodass du den Sack im Freien verwenden kannst. Er eignet sich als Sessel-, Stuhl- oder Couchersatz. Als zweites haben wir den Bruni Classico M. Den Bruni Classico erhältst du in Tropfenform mit den Maßen von 80 x 70 cm. Der Sitzsack erreicht ein Gewicht von 3,5 kg und ist mit dem Tragegriff einfach zu transportieren. Er verspricht eine gute Anpassung an deine Körperform und einen hohen Komfort. Der Sitzsack eignet sich für Kinder und Erwachsene, die eine angenehme Sitzgelegenheit zum Lesen, Zocken oder Schlafen suchen. Du erhältst den Sitzsack in drei unterschiedlichen Größen und 17 unterschiedlichen Farben. Die herstellereigene Näherei produziert den Oxford Polyester Bezug, der sich für eine Outdoor- und Indoor-Verwendung des Sitzsackes eignet. Das Material ist wasserabweisend und abriebfest. Es soll bis zu 50.000 Scheuertuchen überstehen. Du kannst den Bezug dank des Reißverschlusses abnehmen und bei 30 Grad Celsius in der Waschmaschine reinigen. Gemäß Bruni ist die Herstellung des Sitzkissens nachhaltig. Die Transportwege sollen kurz und die Prozesse mit Ökostrom optimiert sein. Der Sack kommt komplett gefüllt zu dir nach Hause. Weitere Perlen kannst du beim Hersteller ordern und wie gewünscht ergänzen. Und zuletzt der GameWears Crimson Thunder 2.0. Dieser Sitzsack ist ein Sessel, der sich zum Gamen an diversen Spielkonsolen wie PS5 oder Xbox One eignet. Du kannst den Sitzsack zum Fernsehen, Lesen oder Ausruhen verwenden. Der Sitzsack verspricht einen hohen Komfort, sodass stundenlange Aktivitäten darauf möglich sind. Im Inneren findest du ein separates Netz vor, das die flexiblen und anpassungsfähigen EPS-Perlen enthält. Am Netz befindet sich ein Reißverschluss, sodass du die Füllmenge selbst verändern kannst. Der Bezug besteht aus Polyesterfasern und ist flüssigkeitsabweisend. Solltest du beim Zocken Hunger oder Durst bekommen, ist die Beseitigung von Lebensmittel und Getränkerückständen einfach möglich. Der Sitzsack eignet sich für den Innen- und Außenbereich. GameWears verspricht ein langlebiges, reißfestes und robustes Modell, das dir eine stabile Haltung beim Konsolenspielen gewährleistet. Die Abmessungen betragen 90 x 95 x 65 cm. Du findest eine Rückenlehne vor, sodass du dich beim Zocken einfach zurücklehnen kannst. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerhalterung vorhanden. Die andere Seite ist mit erweiterbaren Fächern ausgestattet, in denen du deinen Controller oder Snacks verstauen kannst. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerhalterung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerhalterung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerung vorhanden. Auf der einen Seite des Sessels ist eine Kopfhörerung vorhanden. Bis zum nächsten Mal.